Liebe Zuhörer, die Zeit ist schnell vergangen. Am Mittwochmittag, ich erinnere mich noch, ist der Weihbischof kurz vor zwölf Uhr angekommen. Jetzt ist Samstag, heute die letzte Betragung mit ihm. Er ist eigens aus Abuja angereist. Es war nicht leicht, die Erlaubnis zu bekommen. Ich habe deshalb so darauf insistiert, weil es mir wichtig ist zu zeigen, dass wir die afrikanische Kirche nicht vergessen. Es ist schlichtweg ein Desaster, was hier passiert. Die internationalen Flüge sind so gut wie fast komplett ausgesetzt worden in den letzten Monaten. Man hat die Leute sich selbst überlassen. Pandemien wie Malaria, Ebola breiten sich munter aus, weil die Afrikaner vor Ort nicht die nötigen medizinischen Versorgungsmöglichkeiten haben, keine Impfstoffe haben. Viele stehen auf der Straße. Die Wirtschaft lahmt nicht nur, sondern ist in vielerlei Hinsicht zusammengebrochen, weil die Absatzmärkte fehlen, weil auch Leute vom Westen nicht mehr da sind und so weiter. Und deshalb war es mir ein Anliegen, trotz der Schwierigkeiten, dass der Bischof herkommt. Aber auch, um zu zeigen, wie wir mit ihrem Geld umgehen im nächsten Rundbrief. In gut einem Monat wird er sie erreichen. Es sind Bilder zu sehen, zumindest eines, das das Studio in Abuja zeigt. Dort ist eine Frequenz zugeteilt worden. Overi, Kaduna, Beko und noch ein anderer Ort. Warten wir noch auf die Unterschrift des Präsidenten. Das ist noch ein großes Gebetsanliegen. Ich werde jetzt selber für den Bischof übersetzen. Your Excellency, time has passed very fast. Now it's already over. I see you are a little bit tired. Those days have been very hard for you and also travelling. What are your impressions here from this place, from the radio? I have been here now for some days and also getting to know the story about Radio Horeb and Balder Schwan. This is a story of a mustard seed that has grown to become a big shrub. That is the story of the Saatkorn that has become a big tree. Yes. It is like a scripture being fulfilled. Also das, was in der Eigenschrift steht, hat sich erfüllt, was der Herr sagt. Etwas, was ganz klein vor einigen Jahren hier begonnen hat. hat so einen großen Impact, so eine große Auswirkung, dass wir in Nigeria und Afrika die Folgen davon spüren. Ich gehe hier weg und habe ein Ding im Kopf. Gott ist lebendig. Und wenn Gott lebendig ist und wir seine Kinder sind, seine Söhne und Töchter, dann können wir sehr viel bewirken. And that is evident in all that has happened within Radio Horeb. All the people who have through their little support, financial support, have made such a big and huge impact around the world. Und ja, das ist ganz offensichtlich hier, auch vor allem durch die Spender von Radio Horeb, die so ein gewaltiges Werk in Gang gesetzt haben durch ihre Gaben. So, I want to assure all of them of my prayers, our prayers, that the church in Germany will begin to, it will be a new life, that will evolve from all this, so that together we can grow, together move towards the promised land that God has made for us. Das ist schön, wie der Bischof das formuliert, ich versichere euch meine Gebete, unsere Gebete. Er wünscht der Kirche in Deutschland neues Leben, so dass wir miteinander in das versprochene Land, das der Herren versprochen hat, gehen können. Es war wundervoll, ich habe schöne Tage hier erlebt und es war wirklich für mich ganz besonders zu erleben, dass die Zuhörer sich so einbringen, dass sie sich melden und Interesse gezeigt haben. Es ist für mich ein gutes Zeichen für die Dinge, die kommen, hier in Deutschland und hier in Afrika. Ich habe auch erkannt, dass wir von der Diözese Abuja einen Link, eine Verbindung zur Diözese Augsburg haben. Bischof Josef Stimpfle war einer der Bischöse von Augsburg, war 30 Jahre Bischof, er hat auch mich zum Priester geweiht und er war dem Kardinal, der diese Missionstätigkeit in Abuja begonnen hat, sehr verbunden. In Nigeria, ja. Und er kam ein paar Jahre, einige Jahre bevor er sich zurückgezogen hat und die Pension eingereicht hat oder den Rücktritt erklärt hat, ist er gekommen und hat einige von der Missionsgesellschaft, der der Bischof angehört, geweiht. Das ist eine sehr kleine Welt. Die Welt ist sehr klein. Es ist unglaublich, weil er mir permission hat, er ging alles in Deutschland, um die Radio zu öffnen. Er war sehr engagiert. Also ich habe gerade gesagt, der Erzbischof Stimpf, er war sehr engagiert. Er stuttet am Anfang. Er war sehr, sehr väterlich. Er war sehr lieblich. Er war sehr lieblich. Er war sehr lieblich. Ja. Er war sehr lieblich. Er war sehr lieblich. Er war sehr lieblich. Er hat immer gesagt, warum beschwerst du dich? Du hast uns im Rücken. Wir haben das Geld. Wir haben das Know-how. Also mach. Also mach. Also just do it. And this is the gift to you. We are behind you. With our prayer, with our support, with our interest and, hopingly, also with the money that our Donators give us. Und auch mit dem Geld, das unsere Zuhörer uns geben. Ja, it's a great duty to pray now that finally the other frequencies come. When the frequencies come, I promise you will have a spiritual explosion. Wenn die Frequenzen gegeben werden, please pray hard, also with your Bischofskolleg, that the frequencies will come. Also liebe Zuhörer, beten sie, dass der Präsident, der ist muslimisch, hat das schon seit einem halben Jahr auf dem Schreibtisch. Die Frequenzen sind schon zugeteilt, aber man muss einfach durch die Unterschrift noch bestätigen, für vier nigerianische Großstädte noch kommen. Otherwise, if they don't come, we cannot start. We cannot make something, if the frequencies are on and her. Also wir können nicht so, wenn die Frequenzen nicht lassen. Thank you. Thank you very much, yeah. Das war ein guter Vergleich mit einem kleinen Saatkorn und dem großen Baum. Jean-Paul, it's your turn. What do you speak? In English or Italian? Italian. Okay. Parliamo Italiano. Also mit Italian sprechen. Allora, al termine di questo viaggio, am Ende dieser Reise, sono molto contento. Ich bin sehr zufrieden. Perché trovo sempre Radio Horeb crescere. Ich sehe Radio Horeb wächst immer. Si, certo. Crescere i programmi. In la preghiera. In la preghiera, in la tecnica. In la preghiera, in la tecnica. In la tecnica wird immer noch besser, und das Programm und die Einheit auch, ja. Crescere anche sempre nella generosità missionaria. Und es wächst auch in der missionarischen Großzügigkeit. Deshalb dankt er jetzt tausendmal mir. Das habe ich natürlich erwartet, dass er mir das aufs Butterbrot streicht. Ich habe noch nie Afrika besucht, aber ich bin ein großer Missionar. Das stimmt tatsächlich. Ich habe alle leitenden Leute des Radios hingeschickt, deshalb war ich noch nicht dort. Er meint, ich würde wissen, zu lieben und alle zu lieben wie die Mutter Gottes. Das gilt nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft natürlich. Ich danke an das Team, Es sind wirklich Personen des Glaubens und in die Evangelisation hineingebundene Menschen. Er möchte gerne von mir wissen, wie ich in der Lage bin, an so gutes Personal heranzukommen, sie zu fischen, wörtlich übersetzt sogar. Ich möchte auch an die Ehrenamtlichen von Radio Horeb meinen Dank ausrichten. Eure Hilfe ist wirklich wichtig für Radio Horeb. Anche in Afrika, in Afrika, in Afrika, con pochi Sordi, die Radio Maria riescono ad andare avanti, grazie all'Aiuto dei Volontari, die in genereare giovani sind. In Afrika sind die Ehrenamtlichen junge Leute und durch die wächst das Radio, auch wenn die Finanzen jetzt nicht so sind, aber sie haben viel mehr Ehrenamtliche als Gelder. Mein Wunscher ist, während diesem Monat des Oktober, dass zumindest jeder Volontari kann einen anderen Volontari suchen. Das ist gut, ja. Also meine Sehnsucht ist jetzt, das ist eine Botschaft an die Hörer von Radio Horeb, dass jeder Ehrenamtliche mindestens einen noch findet im Oktober, der auch sich jetzt in den Dienst einbringt bei Radio Horeb. Grazie agli Ascultatori e Donatori di Radio Horeb. Danke an die Zuhörer und die Spender. Su questo vorrei dirvi una cosa che Emanuele Ferrario mi ha detto. Das ist eine Sache, die Ferrario Emanuele mir gesagt hat. Am maggio lui era morto suferente, ma ha seguito la vostra mariatona. Im Mai, Sie wissen, er ist Anfang Juli gestorben, war er schon sehr krank und hat sehr gelitten, aber er hat unseren Mariaton genau mitverfolgt. Prima la mariatona, a causa del Coronavirus, Ferrari aveva visto, che aveva un po' paura del futuro di Radio Maria in Afrika. Und als dann so dieses Virus hochgekommen ist in Afrika, da hat er Angst gehabt um die Zukunft von Radio Maria in Afrika. Ma Ferrari mi aveva detto, Jean Paul, non deve avere paura, perché la Madonna ha già un piano. Bleib ganz ruhig, Jean Paul. Die Mutter Gottes ha già un plan. I soldi per aiutare Afrika, non lo mancherai mai. Die Gelder, um Radio Maria in Afrika aufzubauen, werden nie fehlen. Und er hat das gar nicht fassen können, was dann im Mai passiert ist. Er war so zufrieden, als er die Großzügigkeit der deutschen Hörer mitbekommen hat. Und er sagt, er ist in den Himmel zurückgekehrt, in den Himmel gegangen mit Freude. Adesso vorrei anche dire grazie ai Preggerini, die sind andati a Kibeho a Februari. Er möchte ja auch Dank sagen an die Pilger, die nach Kibeho im Februar gekommen sind. In general diciamo che in Afrika preghiamo più che di voi, ma il gruppo che venuto a Kibeho, veramente era un gruppo di fede che prega. Allgemein sagen wir in Afrika, wir beten in Afrika mehr als hier in Deutschland und in Europa. Aber mit dieser Gruppe, die da im Februar unten war in Kibeho, habe ich gesehen, das ist gar nicht so. Das waren auch Leute des Glaubens und des Gebetes. E quindi abbiamo pregato insieme, abbiamo anche cantato e ballato insieme. Wir haben miteinander gebetet, miteinander gesungen, miteinander getanzt. Ciò abbiamo dimostrato che siamo veramente fratelli e solele. Wir haben wirklich gezeigt, dass wir Brüder und Schwestern sind. Penso che quando sarà possibile viaggiare, vi invito a venire ancora a Kibeho. La madre del Verbo vi aspetta. Und es wird eines Tages mal wieder möglich sein zu reisen und ich möchte sagen, die Mutter Gottes von Kibeho erwartet euch und ich würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Concludendo, vorrei augurare vi di sentire sempre nei vostri Cori la gioia di essere protagonisti di questo bello Progetto di Radio Horeb. Und ich möchte schließen und sagen, ihr sollt im Herzen immer die Freude verspüren, Protagonisten, Verbreiter von Radio Horeb zu sein. Che la Madonna vi protegga contro Coronavirus. Die Mutter Gottes möge euch gegen den Coronavirus schützen. Che la Madonna vi benedica tutti. Und die Mutter Gottes möge euch alle segnen. Ja, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das war vor vielen Jahren einmal bei einem Welttreffen von allen Nationen das Motto von einem kleinen Samen zu einem großen Baum. Auch vielleicht ganz irgendwie interessant. Nico, unser Redaktionschef ist hier. In ein paar Wochen schon ist der 24. Geburtstag von Radio Horeb am 8. Dezember. Und das könnte ein Motto für das Jubiläumsjahr sein. Wir gehen auf den 25. Geburtstag zu. Aus einem kleinen Saatkorn ein großer Baum. From a little mustard. It is really a good to a great tree. This is, we understand because we have the year of the Jubilee next year, 25 years. And we will take this as our word. This is your gift. It was an inspiration. I have some Bischof gerade gesagt, this is an inspiration, that he has given us this. Thank you. Father, now it's your turn for blessing us. Okay. I bid um den Segen. The Lord be with you. The Lord be with you. The Lord be with you. By the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and all the supporters of Radio Horeb, through Christ our Lord. Amen.